Yo Leute was geht willkommen zurück zu Elden Ring und ich habe online ein ganz komisches Video gefunden das zeige ich euch jetzt einmal und dann habe ich mich gefragt wie hat der Typ das gemacht und nach vielen vielen rumprobieren habe ich auch die Lösung gefunden aber jetzt erst mal das Video und dann gehen wir der ganzen Sache auf den Grund. Well guys this is how 200q smartest guy looks like in the Elden Ring, take a look on this smart strategy Ich habe mit mehreren Leuten darüber philosophiert was er für Items benutzt also alles mögliche ausprobiert ich habe die verschiedenen Tränen ausprobiert in meiner Flasche ich habe Boli ausprobiert ich habe Gesetz der Regression ausprobiert alles wirkliche und ich kam einfach nicht drauf wieso er keine Scharlachfäule annimmt und bin dann auch mal hier an die Stelle gegangen wo er ist und habe das halt genau so gemacht. so gemacht wie er und alles eingesetzt was er hatte das dumme ist aber das ist scheißegal was man für Items eingesetzt hat oder für eine Rüstung oder also da ist gar kein Trick bei dass der einzige Trick ist dass man an der genau richtigen Stelle hier so tief rein geht wie es irgendwie geht bevor die Scharlachfäule kommt dann nach links guckt und dann diese scheiß Geste ausführt. und dann ist man unter Wasser also wieso mache ich das ganze Fallt nicht immer auf irgendwelche Videos im Internet rein manchmal ist die Lösung viel einfacher als man denkt alle haben auch drunter geschrieben unter dem Video oh der sheetet das ist Hacking das ist nicht real und bla 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 und fake aber ihr seht es ist real man kann es auch noch leicht sehen was das einem bringen soll außer im PvP das man sich versteckt keine Ahnung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß versteckt euch im See macht dieses wie heißt das dieses PvP Mining keine Ahnung ja am Ende leider doch noch uninteressanter als man denkt ist ein ganz kurzes Video ich wollte euch das aber unbedingt zeigen weil ich selber so faszinierend fand wie die Lösung letztendlich ist und das war gerne eure Meinung unten in den Kommentaren da wie ihr das findet ja wie sollt ihr das schon finden es ist irgendwie nutzlos außer ihr wollt irgendwie PvP fahren keine Ahnung ja aber jetzt seid auf jeden Fall schlauer falls ihr hier irgendwie mal PvP habt und ihr findet den Typ nicht er wird wahrscheinlich hier unten im See hocken und sich verstecken und gerne Kanal abonnieren falls ihr nichts verpassen wollt gerne ein Like auf dem Video lassen und bis zum nächsten Mal haut rein